Es gibt die rote Karte. Und dazu noch Freistoß aus guter Position. Sauber vom Ball getrennt ist hier. Jetzt ist er durch. Töre. Das ist voll nicht ab, sondern geht vorteilend mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt vielleicht. Postschuss. Und er schießt. Den Ball hält er gut. Der Angriff könnte was werden. Vieto. Da passt der Klasse auf. Jetzt könnte es gefährlich werden. Los geht's. Tor. Und damit führt sie hier. Wird das seine Torchance? Er ist frei. Zunzi. Der Ball ist drüben. Da kann der Tor nicht drankommen. Und er gibt Elfmeter. Dann zeigt er direkt auf den Punkt. Es gibt Elfmeter. Und dazu Gelb. Nur Gelb. Der überpasst.